So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Der Odin ist auch wieder da. Ja, meinst du, unsere kleinen, Odin hat jetzt nicht seine kleinen Problemchen. Kannst du wohl laut sagen. So, Ed nimm die große Kanone. Also, es tut mir leid, wenn diese kleinen Fehler noch mal passieren, aber mein Gott, wir sind auch nur Menschen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich bin so erhebend aus dem Spiel rausgeflogen. Ich bin so erhebend. Na los, ja! Fülle die Schiffe. Zack! Mach' man schnell das hier ein. Einfach nur, weil es Spaß macht. mit glück sind die schütze jetzt auf der ehenseite schon ab mit glück ja ich hab versucht die jetzt im letzten und blick bevor drüber geschwenkt ist noch zu treffen joh die sind ab ja 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 Ich bin nicht geschützt, ich bin gleich in die Branche. Welche ist mein? Ja, mein Schiff. Ich weiß nicht, aber warum. Oh, ah! Oh! Ich bin auf dem Schiff! Oh! Ich bin auf dem Schiff! Ich bin auf dem Schiff! Oh! Oh, hier! Jetzt muss ich erstmal meine Punkte aufladen, weil ich keine Punkte mehr habe. Wir sind nicht auf dem Schiff. Aber die haben Sie alle weggefallen. Ich hab gerade die... Dings weggeballert. Die Flügel. Ah, ja. Geflügel, haha Ach, das soll jetzt ein Witz sein, achso, ha 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 Arsch Ja, Arsch, du willst sein, du willst sein Boah, ewig um die scheiß Punkte aufzuladen, ey Ah, jetzt ist er doch auf der anderen Seite Das kommen sie, jetzt landen sie Ich hab hier gerade welche landen sehen Oh, ich doch nicht Irgendjemand schießt hier auf mich, achso, wie kommt das? Irgendjemand schießt hier auf mich, achso, wie kommt das? Oh, ich habe hier die Waffe Halt doch 언�zen Naja, dieser ist ja nichts Oh, ich hoffe Oh, ich hoffe, ihr hattet das Oh, ich hoffe, ihr habt euch vorgezogen Hier Na, ich lade die Waffe wieder schneller auf. Ich habe die nämlich eben nur ein Stück repariert. Ich habe die Bedeutung, die Bedeutung. Wow, der schießt genau auf mich! Nein, ich bin ein schönes Ding! Schießt die Bappe ab, Alter! Hab ich doch! Was ist immer noch da? Was ist immer noch da? Ach du Scheiße! Ey blöder Pöcker! Ihr müsst jetzt rein theoretisch hin sein! Boah, die Schütze unten kann ich gar nicht abknallen! Warte, warte, warte! Will ich mir! Warte, warte, warte! Ich will den Seabow-Swing! Warte, warte! Warte, warte! Controller? Oh, mein Controller ist alle! Eigentlich hab ich ja noch den zweiten Controller. Hast du die Schütze? Nee! Ah, warte! Ich bin eh in der Kriege! Ah, das kriege ich nicht! Ah, das hintere müsste gleich kaputt sein, ja! Oh! Ich bin nur noch den Vordere! So, ich mach den... Hast du den Vordere? Nee! Aber hier ist es nicht! Weil das Schiff sich so komisch bewegt! Jetzt hab ich's! Ich mach den Flügel! So, privat! Lade dich noch schnell auf hier! Boah, dauernd zu lachen! Boah, dauernd zu lachen! Aber ich hab jetzt auch von dir so ein bisschen eine Rückkopplung vom Spiel! Echt? Hä? Wieso, wie sollen wir jetzt hier rüber kommen? Oder fehlt da noch was? Ja, das ist ja noch nicht der Flügel! Oh je bin gross! Du hast ja noch nicht der Flügel! Das ist ja noch nicht der Flügel! Die Flügel! Oh nein! Oha! Die Flügel! Die Flügel! Die Flügel! Die Flügel! Die Flügel! Die Flügel! Oh nein! Und dann kommt! Oh, irgendwie ne? Was ist das? Selbstzerstörung oder was? Alle zurück aufs Schiff! Ich bin ruhig da oben da drüben. Ganz richtig? Ach hier bei uns! Bei uns sind sie! Schnell! Ja, ich gucke ja gerade hoch! Head hoch, runter! Achso, unten! Wir sind heute fein! Wir sind hier noch! Hallo, wie sollen wir das schaffen? Ich hab keine Ahnung! Ah, scheiße! Mir hat's wieder dahin gerafft! Und rausgefallen aus dem Schiff! Ne doch, wir sind auf unserem! Ach, dieser Scheiß! Oh, dieser Scheiß! Boah, ich mach mir vom Acker, Alter! Meine Punkte! Boah! Boah, Alter! Was war das für ein Scheiß! Was? Wie heißt Rückkopplung vom Spiel? Was liegt denn das jetzt schon wieder? Jetzt nicht mehr! Eben kurzzeitig war es so, dass ihr kurzzeitig das gehört habt, was im Spiel bei dir passiert. Oh, Video! Oh! Das sind totalen Quartier! Und was wäre das wirklich? Tö. Sie benutzen die Akontische Krä Ungeater der Thermal zu navigieren! Tohle! Hehehehe Sie sind's? Hehehehe Sie sind nicht viele Autos? Nein, keine disintegration! Und ach, die Kräfte wird sehr größer! Um, 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 um. Outside! Look outside! Me there! If we stay on this course, we'll take a straight there! Those medic bastards got a lot of secret shit going on! An aubergine! We hit the jackpot! Oye, oye! What do you want to do? I think it's obvious. I think it's more than obvious. Who would have something so stupid? Yes. We are going to crash that fiesta! Okay... Okay... We are going to crash that fiesta! Yeah... Okay... We are going to crash.